Kein Inside Star Citizen diese Woche, dafür schauen wir uns den Squadron 42 Newsletter an. Vom Juno 2019. Ich habe gesehen, dass jetzt am Donnerstag gerade ein neuer rausgekommen ist, aber da hat mir wirklich die Zeit für gefehlt, den jetzt anzuschauen. Aber wie gesagt, die Themen werden auch nicht alt, es sind viele spannende Inhalte mit dabei und insofern wünsche ich euch eine spannende Stunde mit Squadron 42 Inhalten, Exkursen und der gewohnten Astro-Stimme. Sie ist wieder da. Bevor wir starten, möchte ich noch den vielen lieben Menschen danken, die mir auch diesen Monat wieder ihre finanzielle Unterstützung haben zukommen lassen, für die viele Arbeit, die in die Videos und in die Übersetzung und in die Erklärungen reinfließen. Und das sind vorweg Stefan Sindel, vielen Dank für deine 90 Euro und Nikolai Rinderspacher und Nightblade, 50 Euro. Vielen lieben Dank auch an dich. Und 25 Euro gespendet haben Dash, Deep Soul, Echo PTK, No Camper, Pulli Petiti, Silver Dragon und Weidler 62. Vielen lieben Dank an euch und ganz herzlichen Dank für 10 und 15 gespendete Euro an Andreas Kotschurow, Black Carson, Jelly X, Charlie, DJ Red, Dr. Terrell, Explorer Germany, Evo 1978, Gummibye, Gunboy 65, Intrasolar, Isle of Hope Corporation, Joel Fuchs, Jomnitech, Kindergarten, Luna, Multipede F, Optik Ocean Drive, Runnen, Reinhardt, Sarge701 und Tota Kenny. Vielen herzlichen Dank an euch alle und an alle anderen, die mich auf Patreon mit dem einen und anderen Dollar unterstützen und ja auch aktiv mit dabei sind, sich austauschen. Bei mir auf Patreon kommt auch ihr gerne dazu. Wir freuen uns über jeden, der mit dazu kommt. Einmal im Monat treffen wir uns auf Discord zum Klönschnack und tauschen auch so viele Informationen aus. Achso und das sei noch erwähnt an dieser Stelle. Es gab wieder eine Verse Night mit Mitch van Heiden und mir. Wer von euch das noch nicht kennt, ich habe einen Streamingkanal parallel zu diesem Videokanal hier und dort streamen wir einmal im Monat die Verse Night. Das heißt, wir unterhalten uns über die aktuell anstehenden Themen und das alles begleitet von Musik, GEMA-frei, Creative Commons, alles im Stil eines Podcasts, einer Radiosendung. Die könnt ihr euch dann auch zum Beispiel mit dem 4K-Downloader als MP3 runterladen und müsst also nicht eure Bandbreite mit Video stressen. Genau und wenn ihr da Spaß dran habt, abonniert den Kanal, seid mit dabei und zur CitizenCon und auch zum Anniversary Sale werden wir uns dann wohl häufiger mal zusammensetzen, Mitch und ich und vielleicht auch Gäste mal gucken, um zu streamen und die aktuellen Themen zu besprechen. So, jetzt aber rein in eine Stunde Squadron 42 Newsletter Besprechung. Ich hoffe, ihr habt ein Erfrischungsgetränk, Kaffee, Tee, was auch immer, kleines Gebäck, Mittagessen, Frühstück am Start und habt eine tolle Stunde. Viel Spaß! Das Team für die Künstliche Intelligenz, das KI-Team, hat ein Projekt gestartet, um Bereiche hinzuzufügen, in denen Spieler und NPCs mit einem nutzbaren Gegenstand, sogenannten Usables, Interagieren können, ohne dass sie sich dafür an einer exakten Position befinden müssen. Diese Bereiche ermöglichen eine höhere Flexibilität für den Fall, wenn in einem Raum mehrere nutzbare Objekte zur Verfügung stehen. Generell wird hinsichtlich des KI-Verhaltens viel optimiert, einschließlich der Weiterentwicklung und Feinabstimmung der FPS-Kampftaktiken. Dazu gehören der Kampf aus der Deckung, der Kampf im freien Raum, einfaches Suchverhalten und Verbesserung der ersten Reaktionen, also bei Sicht eines Feindes, eines Feindkontakts. Verbesserungen wurden auch am Haltungsmanagement vorgenommen. Dem System, das während des Kampfes verwendet wird, um zu verstehen, ob ein KI-Gegner einen Spieler sehen kann und eine brauchbare Schusslinie hat, wenn der KI-NPC Schutz sucht. Das Animationsteam konzentrierte sich den ganzen Mai über auf das neue Spielersprungsystem. Die Animationen sind jetzt wesentlich flüssiger und beinhalten das Vorwärts-, Rückwärts- und Seitwärtsspringen sowie das Laufen und Springen. Das Team hat auch die Einrichtung von Usables abgeschlossen, im Hinblick auf Betten, Sitze, Konsolen und so weiter und damit begonnen, ein prävisuelles System, also ein Vorsystem zur Veranschaulichung von visuellen Aspekten, für verschiedene menschliche KI-Feindtypen und Waffensets zu entwickeln. Das Ausbrechen aus einer kompromittierten Deckung wurde erarbeitet und das Team hat an einem Plan gesessen mit dem Ziel, Datensätze für Animationsvarianten auszulagern, um die Entwicklungszeit besser priorisieren zu können. Weitere weibliche Animations-Sets sind derzeit in Entwicklung und werden nun immer simultan zu den männlichen Versionen bearbeitet oder erarbeitet. Aktuell startet das Team mit Basis-Retargets von dem männlichen Quell-Charakter-Modell. Das bedeutet, dass in diesem Rahmen die Assets des Charakter-Modells von dem männlichen Charakter durch das weibliche ersetzt werden und dann werden sie retarget, das heißt sie werden auf das weibliche Rig, auf das weibliche Skelett entsprechend angepasst, das ja kleiner ist im Spiel als die männlichen Spielcharaktere. Nicht zuletzt arbeitete das Animationsteam an ein paar neuen Waffen und unterstützte das Feature-Development-Team bei Waffenaufsätzen, Nahkampf und sogenannten Takedowns, also dem Überwältigen von Gegnern. Das Team arbeitete auch hart daran, alle Geschichten, Filmsequenzen und Gesprächsabschnitte für *** zu integrieren. Und ja, das steht hier, Redacted, also da fehlt der entsprechende Inhalt und auch das folgende Zitat, angeblich aus dem Munde des Squadron 42 Animation Directors. Hoffentlich zensieren sie es diesmal nicht, denn die Szene, in der *** und *** zu *** gehen, ist wirklich cool. Ja, haben wir also keine Möglichkeit, das irgendwie zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Weiter geht's zum Grafikdesign mit Ausrichtung Charaktere. Letzten Monat setzte das Character Art Team das Finalisieren der Charaktere fort mit Schwerpunkt auf Kapitel 4. Das Team setzte seine Forschungs- und Entwicklungsarbeiten an den außerirdischen Spezies fort, die in Squadron 42 auftauchen werden und arbeiten an der Materialbibliothek, die sich auf alle Rüstungen und Outfits im Spiel auswirken wird und es dem Team ermöglicht, die visuelle Qualität weiter zu steigern. Ebenso werden Werkzeuge für die Haarpipeline gebaut und getestet, um den Artists, den Grafikern zu helfen, qualitativ hochwertige Haare zu entwickeln. Da sind sie ja gerade ganz hart dran. Das Thema Haare weiterzuentwickeln in die erste Iteration hat Chris Roberts überhaupt nicht gefallen und deswegen erarbeitet man jetzt eine neue Technologie, eine neue Haartech, damit das alles hübscher aussieht und gleichzeitig auch noch ressourcenschonender ist, wie alles, was CIG an Werkzeugen für ihre Spielentwicklung erarbeitet. Weiter geht's zum Grafikdesign für das Environment, für die Spielumgebung. Das Environment Team war den ganzen Mai über damit beschäftigt, die Skybox der Javelin zu entwickeln, bei der die gesamte Außenseite des Schiffes durchgearbeitet und in Teile zerlegt wurde, um die Push- und Pull-Mechanik, also die Schieben- und Ziehen-Mechanik, effizient nutzen zu können. Eine Skybox, das ist schon etwas recht Altes, etwas Bekanntes und wird in der Computerspielentwicklung für Umgebungen verwendet. Es ist eine Methode zum Erstellen von Hintergründen, um eine Computer- und Videospielebene größer wirken zu lassen, als sie tatsächlich ist. Wenn eine Skybox verwendet wird, eine Himmelsschachtel, ein Himmelskasten, wird die Ebene entsprechend der Quaderseiten aufgeteilt. Also das, was wir sehen, was um uns herum ist, vorne, hinten, links, rechts, oben und auch unten, das wird auf einen Würfel aufgeteilt, so wie ich das hier mal eingeblendet habe. Der Himmel, ferne Berge, ferne Gebäude und andere unerreichbare Objekte werden auf die Seiten des Würfels projiziert, mit einer Technik, die als Cube-Mapping bezeichnet wird. So Würfel-Kartierung kann man sagen. Und das erzeugt die Illusion einer entfernten dreidimensionalen Umgebung, die eigentlich gar nicht dreidimensional ist, sondern einfach eine zweidimensionale Tapete, die um uns herum aufgebaut ist. Diese Skyboxes, wie gesagt, die gibt es schon recht lange im Bereich der Computerspielentwicklung, werden aber auch sukzessive weiterentwickelt. Neuere Engines ermöglichen es der Skybox, sich in variierenden Geschwindigkeiten zu bewegen. Es gibt also auch die Möglichkeiten, diese Skyboxen ineinander zu verschachteln. Und da die Tiefe bei der vergleichenden Bewegung von Objekten wahrgenommen wird, führt eine langsamere Bewegung der Skybox im Hintergrund, als der, zu der die halt weiter vorne steht, dazu, dass die Skybox im Hintergrund weit entfernt scheint, aber eben nicht unendlich weit entfernt ist. Es führt also zu einer besseren räumlichen Wahrnehmung. Diese Skyboxen sind übrigens der Grundbaustein zur Erstellung von einer virtuellen Realität, die wir eben mit diesen VR-Brillen dann nutzen können. Und auch ist es möglich, 3D-Geometrien darin einzubauen, eben wie unerreichbare Gebäude oder Berge. Aber was es nun damit auf sich hat, dass die Javelin in Skyboxen aufgeteilt wird, das hat mich stutzen lassen und da muss ich immer noch raten. Ja, und mitgeraten haben einige meiner Petrons, weil ich die Frage gestellt habe, warum wird die Javelin in Skyboxen aufgeteilt? Und an dieser Diskussion haben sich Kung-Li, Le Spatula und Tota Kenny beteiligt. Und Kung-Li hat als erstes die Vermutung geäußert, dass die Skyboxen doch auch für Reflexionen benutzt werden, Spiegelungen in Scheiben und so weiter. Und das war schon mal ein guter Hinweis. Ich bin dann darauf basierend mal auf die Unity-Seite gegangen. Und dort steht tatsächlich geschrieben, dass Skyboxen nicht mehr nur einfach eine Umgebungssimulation sind, eine Schachtel quasi, in der sich unser Spielbereich befindet und wir auf eine Tapete quasi gucken, aber was dann für uns wirkt wie ein in der Unendlichkeit liegender Horizont, Berge, Himmel, Wolken, sondern Skyboxen sind Wrapper. Das heißt wirklich kompakte Dateisektionen, in denen für einen definierten Spielbereich sämtliche relevanten Objekte und, ich interpretiere das jetzt mal, vielleicht auch Shader hinterlegt sind. Ein Shader, das können wir jetzt auch nochmal kurz wiederholen. Das ist ein Stück Code, Programmcode, der auf der GPU, auf der Grafikkarte ausgeführt wird. Die Engine füttert die GPU mit 3D-Modell-Eckpunkten, Texturen und anderen Informationen und erhält daraus Pixelfarben zurück. Mit Shadern, auf Deutsch Schattierer, lässt sich alles, was über statische Elemente wie Geometrie und Texturen hinausgeht, darstellen, also sämtliche dynamischen Effekte. Einen Spiegeleffekt auf dem Fenster etwa, Wellengang auf dem Meer, Echtzeitschatten oder eben sich bewegende Wolken, Nebel, Dunst. Für all das braucht man Shader. Und vielleicht ist die Javelin einfach so groß, dass man tatsächlich im Rahmen von solchen Skyboxen die Reflexion, die Schatten jetzt nicht alles in Echtzeit berechnen lässt, sondern das vorbereitet im Rahmen solcher Rapper hinterlegt hat. Man kann nur spekulieren. Aber was hat das jetzt mit dem Push and Pull, mit dem Schieben und Ziehen zu tun, im Zusammenhang mit der Skybox? Auch auf diese Frage kam ein Hinweis, ein Gedanke von einem meiner Patrons, der recht plausibel klingt. Und zwar sagte der Mensch, es gibt doch diesen Plan von CIG, dass man sich EVA im Weltraum an den Schiffshüllen entlang zieht und vielleicht, wenn man sich auf einem Stück eines Schiffes und gerade auf der Javelin befindet, die ist ja auch so riesig groß, dann wird nicht das gesamte Schiff mit LODs und den vielen Texturen geladen, weil das einfach viel zu viel Rechenkapazität in Anspruch nehmen würde, sondern vermutlich, während wir auf dem Schiff uns außen an der Außenhülle entlang hangeln, vielleicht sind die weiter entfernten Teile der Javelin einfach mit einer Skybox dargestellt, weil die Perspektive, wenn wir uns außen an einem Schiff entlang hangeln, ist ja relativ, relativ statisch. Und wenn wir über einen bestimmten Entfernungspunkt dann rüberkommen, also eine Entfernung unterschreiten quasi, vielleicht wird dann das entsprechende Modell, das LOD-Modell mit den Assets und den ganzen Strukturen geladen. Eine interessante Theorie, die vielleicht sein kann, eine konkrete Antwort werden wir jetzt nicht bekommen, aber vielleicht lernen wir da auch nochmal in einem der späteren ATVs oder Squadron 42 Sondersendungen, was auch immer noch kommen möge von CRG, vielleicht lernen wir da nochmal mehr drüber kennen. AtVs oder Squadron 42 Sondersendungen, was auch immer noch mal gibt, bei der Untertitelung. BR 2018 Aber gehen wir weiter im Text. Nachdem die Arbeiten am organischen Shader kurz vor dem Abschluss stehlen, kann das Team mit der Iteration des Asteroiden-Sets beginnen. Zunächst konzentriert es sich auf die Standard Space Potatoes, die Weltraumkartoffeln, bevor es zu den technisch anspruchsvolleren scharfkantigen Konturen übergeht, die für die zweite Hälfte der Kampagne benötigt werden. Dazu gibt es hier eine ganz nette Animation von CIG. Es gibt einmal die Space Potatoes, das heißt die Asteroiden, die eben rund aussehen. Und das ist wesentlich einfacher zu berechnen als scharfkantige. Zum einen wegen der Kanten selbst und zum anderen wegen der Schattenwürfe. Es wurden erhebliche Anstrengungen in die begehbare Bereiche um die Archenstation herum unternommen, wobei das Team darauf bedacht war, den üblichen Zimmer, Korridor und Zimmeransatz zu vermeiden. Also in dieser Reihenfolge Zimmer, Korridor, Zimmer, Korridor, das wollten sie nicht, sondern sie wollten die Station vollständig öffnen, steht hier, um ihre schiere Größe hervorzuheben. Sobald diese Bereiche weiterentwickelt sind, wird ein Dynamikdurchlauf stattfinden, der jeder Ecke Leben und Bewegung verleiht. Dabei werden die Ergebnisse entsprechender Untersuchungen vom Jahresbeginn genutzt. Das Team befindet sich derzeit in der Entwicklung eines wichtigen Comms-Array, also einem Kommunikationssatelliten, der in der Kampagne auftaucht. Der unbekannte Array-Hersteller hat seinen eigenen einzigartigen Stil, der Retro-Design-Ansätze und viele praktische Referenzen kombiniert, die dann so wirken werden in Kombination und Design, als wäre es in der Realität möglich. Die Arbeiten an der volumetrischen Skybox rund um den Coil, da haben wir jetzt die klassische Skybox, das heißt rund um den Coil, da gibt es irgendwo eine Grenze, wo wir nicht weiter können, sondern das ist dann einfach eine hübsche Tapete. Und die Arbeiten daran werden fortgesetzt, wobei insbesondere einer Mission große Aufmerksamkeit geschenkt wird. Das wird aber nicht weiter vertieft, sondern es geht weiter im Text. Die neue Windmechanik wird verschmolzen mit dem neuen Flugmodell und das vermittelt dem Team, obwohl noch in den Anfängen ein tiefer gehendes Verständnis dafür, wie man mittels Größe und Geschwindigkeit der Kampagnenraumschiffe Spielbereiche im virtuellen Weltraum schaffen kann. Das ist ein sehr interessanter Satz, das heißt, es gibt keine Räume im Weltraum per se, außer man ist jetzt wirklich begrenzt durch irgendeinen Nebel mit Asteroiden oder was weiß ich. Aber sie schaffen eben spielerisch visuelle Räume dadurch, dass sie eben Raumschiffe mit einer bestimmten Größe, mit einer bestimmten Geschwindigkeit und vermutlich in einer bestimmten Entfernung zueinander schweben lassen. Und das gibt dann eben visuelle Eckpunkte, die für uns einen Raum im Weltraum schaffen. Weiter geht's zum Grafikdesign oder Art für Waffen. Das sogenannte Weapon Art Team, das beendete die Modellierung und Texturierung der B-Ring S38 Pistole, der Klaus & Wörner Lumin 5 SMG, also MP, kurzes Maschinengewehr, und des Apocalypse Arms Animals Raketenwerfers. Außerdem starteten sie die Produktion der Hedeby Gunworks Salvo Frag Pistole und des B-Ring GP33 Mod Granatwerfer. Das sind so tolle Namen, ich finde das jedes Mal wieder grandios. Filmsequenzen Cinematics Im vergangenen Monat arbeitete das Cinematics Team mit Level Design zusammen, um die Implementierungsabnahmen für alle verbleibenden Szenen und Kapitel zu priorisieren. Steht hier, übersetze ich mal so leicht frei. Solch eine Implementierungsabnahme bezieht sich auf den Prozess, eine Szene in den avisierten Zielzustand zu bringen und sie so funktionieren zu lassen, wie es in der endgültigen Version beabsichtigt ist und beinhaltet damit auch KI-Charaktere, die sich in oder aus diesen Standorten, diesen Spielbereichen bewegen. Das Team erhielt auch eine umfangreiche Code-Revision für das TrackView-Tool, mit dessen Hilfe KI-Charaktere in Filmszenen oder TrackView-Sequenzen im Allgemeinen aus- und rein- und rausgehen können. Das ist auch wieder dieses Thema. Und kurz zur Erinnerung, der Begriff TrackView, der stammt noch aus der CryEngine-Welt und ist das eingebettete Sandbox-Bearbeitungstool zur Erstellung interaktiver Filmsequenzen mit zeitabhängiger Steuerung von Objekten und Ergebnissen. Und mithilfe dieses TrackView-Tools, was man hier entwickelt hat, ist es eben möglich, dass Spielcharaktere in Filmszenen eintreten und wieder austreten, ohne dass es dort zu einer Unterbrechung dieser Bewegungssequenz gibt. Denn das Ziel ist es ja, dass die Filme wirklich im Spiel passieren, größtenteils. Dass man auch jederzeit wieder rausgehen kann aus der Szene, sie aus der Ego-Perspektive betrachten und dann findet sie irgendwo statt. Die läuft also weiter. Und wir könnten zum Beispiel, wenn wir einen Raum weiter sind, diese Filmszene abbrechen. Wieder, falls sie eben aus einer dritten Perspektive, aus einer dritten Kameraperspektive eben dargestellt wird. Gehen wir wieder zurück in unsere Ego-Perspektive, laufen über den Gang in den Raum, wo diese Filmszene stattfindet und dann läuft die dort weiter. Oder draußen im Weltraum, irgendwo anders, läuft die eben weiter. Dann könnten wir in unser Raumschiff steigen und dort hinfliegen und würden sehen, ah, da läuft gerade diese Szene. Und das ist dieser große Akt, den sie hier versuchen hinzubekommen, dass das alles übergangslos funktioniert. Und zwar in jedweder Hinsicht. Und insofern eben auch für die NPC-Charaktere, die keine sichtbaren Unterbrechungen haben dürfen, wenn sie in eine vordefinierte, in eine geskriptete Szene eintreten und wieder austreten. Dieser neue Code, der hier geschrieben wird, befindet sich noch im frühen Test, wird es dem Team aber nach Fertigstellung ermöglichen, bewegungsbasierte Intros und Outros, also Eingangssequenzen und Ausgangssequenzen, hinzuzufügen. Das bedeutet, dass die Charaktere problemlos in Szenen von dem, was sie getan haben, hineingehen und wieder austreten können, wie gerade erzählt, ohne dass es zu, ich sag mal, Teleportationseffekten oder ähnlichen Effekten kommen, wie das jetzt heutzutage ja auch ist, dass die dann plötzlich irgendwie durch die Gegend sausen, weil der Server berechnet hat, dass dieser ein PC jetzt gerade eigentlich an einer anderen Stelle sein müsste. Und jetzt kommen wir zum Hauptteil, obwohl das war ja eben auch schon ein ziemlicher Hauptteil. Im Regelfall ist immer beim Engineering sehr viel zu erklären, aber das war eben auch schon ein ziemlich harter Brocken. Der Mai war ein arbeitsreicher Monat für alle Engineer-Teams. Beginnend mit Actor-Features, also Darsteller-Features, setzte das Team die überarbeitete Sprungmechanik vor, die Animationen beim Laufen und Springen, vorwärts, seitwärts oder rückwärts, dass die viel flüssiger und störungsfreier ablaufen. Das hatten wir zuvor auch schon beim Animation-Abschnitt. Beim Head-Look, also Kopf-Gucken, wurden alle geplanten Fortschritte erreicht. Bisher, beim Blick nach unten oder zur Seite, gab es Situationen, in denen die Spieler in ihren eigenen Körper oder ihre eigene Schulter sehen konnten. In diesem Zusammenhang wurden auch die Blickbewegungen eingeschränkt, je nachdem, ob der Spielercharakter eine Waffe trägt und in welcher Haltung er sich befindet oder sie sich befindet. Beides sorgt dafür, dass die Geometrien von der Kamera jetzt nicht mehr durchschnitten werden können. Für Überwältigungen im Nahkampf verwendet das System nun auch die Inverse-Kinematik, IK. Das hatten wir schon mal besprochen. Wenn man also eine Figur bewegen will, dann kann man anfangen, erst die Schulter zu bewegen, dann den Oberarm, dann den Unterarm, dann den Handrücken und dann das erste Glied vom Finger, das zweite und das dritte Glied vom Finger und das mit allen Fingern und im Zusammenhang mit der Körperbewegung. Das ist unendlich schwierig und sieht nie natürlich aus. Und was man macht, ist, diesen Bewegungsablauf umzudrehen. Das heißt, man hält den Charakter als Beispiel quasi einfach an einem äußersten Fingerglied und bewegt diesen Finger, zieht ihn irgendwo hin und die ganze Figur, Handrücken, Unterarm, Oberarm, Schulter und auch der Körper und die Beine folgen dem. Und das ist dann die umgekehrte Kinematik, die Inverse-Kinematik. Und die wird jetzt für den Nahkampf verwendet und damit wird sichergestellt, dass Animationen und Assets, Grafikbausteine, Grafikbaukästen korrekt dargestellt werden, wenn sich das Opfer zum Beispiel auf einer anderen Ebene als der Spieler befindet, zum Beispiel auf einer Steigung oder einer Treppe. Die IK wird außerdem angewendet für Schlag- und Messerangriffe, um hier bestimmte Bereiche des Gegners entsprechend sauber animiert treffen zu können. Und jetzt nicht verwechseln, jetzt kommt nämlich das KI-Team. Das KI-Team implementierte für Benutzen der Usables ein Kanal-Routing. Das ermöglicht es, die Funktionalität von einem Usable zu einem anderen Spieler zu leiten. So kann beispielsweise ein Barkeeper einem Gast ein Getränk geben. Das Getränk ist das Usable. Egal, ob dieser Gast jetzt steht, auf einem Stuhl sitzt oder auf einem Stuhl an einem Tisch sitzt und dann übernimmt der, dann wird dieses Getränk geroutet zu dem Gast an dem Tisch oder Stuhl oder wo auch immer der sitzt. Weiterhin implementierte das KI-Team das Area-Slotting. Das ermöglicht es, eine Interaktion mit einem Usable auszulösen, wenn ein Spieler einen Bereich betritt, anstatt dass der sich dann zu einem ganz bestimmten Punkt bewegen muss, um diese Interaktion mit dem Usable auszulösen. Ich habe jetzt keine Idee oder kein Beispiel, aber bisher ist es ja so, wenn man zum Beispiel einen Kaffeebecher aufnehmen möchte, dann muss man sich exakt davor positionieren. Ansonsten hat man keine Chance, den zu greifen. Und ich denke mal, es geht wirklich darum, wenn man auch in einem bestimmten Bereich um diesen Becher herumsteht, egal wo, dass man immer die Möglichkeit haben wird, danach zu greifen, solange der eben in Armlänge vor uns steht. Verbesserungen wurden auch an der Third-Person-Kamera vorgenommen. Der Rahmen, die nun Optionen bietet, die Bewegung mit der Trittfrequenz der Schritte zu verknüpfen, um eine dynamischere Ansicht zu ermöglichen. Nicht zuletzt wurde es auch ermöglicht, gerenderte Videos in eine Textur zu ändern, um so wechselnde Fernsehkanäle zu simulieren, also das Render-to-Texture-System in einem weiteren Anwendungsfall. Das Engine-Team unterstützte auch bei der Entwicklung prozeduraler Werkzeuge. In diesem Rahmen wurden Verbesserungen an automatisierten Objekt-Layouts erzielt und Layer, Grafik-Schichten, für die Look-Up-Textur, Klammer auf, LUT, Klammer zu, Tabelle generiert. Was sind LUTs? Das wusste ich selber nicht, da war es notwendig, mal ein wenig nachzuforschen. Und auch hier habe ich mal wieder von einem meiner Patrons einen wertvollen Hinweis bekommen. Und zwar war ich erst auf der Suche nach den Look-Up-Texturen, aber tatsächlich kommt das Ganze aus der Filmindustrie ursprünglich. Also es gibt, um konkret zu werden, zwei Arten von LUTs, nämlich Look-Up-Tables, also Look-Up-Tabellen und Look-Up-Texturen. Und mit Texturen hat CIG gearbeitet. Aber es basiert auf demselben Gedanken, weshalb ich auch die Look-Up-Tables kurz erklären möchte. Beides hat nämlich dasselbe Ziel. Look-Up-Tabellen sind im Prinzip Tabellen mit Werten, die Farben entsprechen. Das ermöglicht es, Ist- und Ziel-Farbwerte verschiedener Szenen genau aufeinander abzustimmen. In der Filmindustrie wird so das entsättigte, flau wirkende Originalbild entsprechend aufgewertet. Und spontan ist mir dabei, wer von euch mal Making-ofs gesehen hat, der hat das vielleicht auch schon mal wahrgenommen. Ich musste spontan an den Hobbit oder an Herr der Ringe denken. Da ist das Originalbild, also das Wasser ist gar nicht so schön tiefblau, sondern es ist sogar eher in Richtung Grau. Und das Gras sieht auch nicht so richtig schön satt aus. Und dann wird mit diesen Zielfarbwerten, mit diesen Look-Up-Tables, werden dann die Farben entsprechend aufgewertet. Das graue Wasser wird halt dann richtig schön kräftig blau und das Gras wird richtig satt grün und so weiter. In Computerspielen verwendet man keine Tables, sondern Texturen zur Optimierung des gewünschten Aussehens, also des gewünschten Looks. Anstatt die einzelnen Farbkanäle über Kurven, wie bei den Farbkorrekturkurven zu optimieren, wird eine einzige Textur zur Erzeugung eines korrigierten Bildes verwendet. Und dieser sogenannte Look-Up referenziert jeweils auf die Originalfarbe in bestimmten Vektoren, also in bestimmten Koordinaten dieser Textur. Und wird eine Textur dann darüber gelegt, gilt der jeweilige Vektor als Referenzwert und verändert damit das gesamte Aussehen eines Levels. Also genau wie beim Film, man hat hier halt eine Ausgangsfarbe einer Textur an einem bestimmten Punkt dieser Textur und wird dann die gleiche Textur darüber gelegt, nur mit anderen Farben. Dann weiß der Computer, aha, an diesem Vektor verwende ich jetzt die Farbe XY. Also statt hellem Grün wähle ich jetzt dunkles Grün oder statt strahlendem Weiß wähle ich jetzt einen eher goldfarbenen Ton. Und damit kann man das gesamte Aussehen eines Levels verändern. Und dazu habe ich auf der Seite von Unreal, wo ich auch diese Informationen mir erlesen habe, habe ich ein hübsches Bild gefunden, hier mit einem Schieberegler. Den kann man dann von links nach rechts schieben und da sieht man dann genau, wie diese Texturen dann das Bild entsprechend verändern. Und mit solchen Lookup-Texturen hat CRG gearbeitet, beziehungsweise sie haben sie generiert, damit sie dann später im Spiel vermutlich, genau wie hier zu sehen, variabler sind in der Farbgestaltung. Dass man vielleicht auch wir als Spieler die Möglichkeit haben, von kalten Farben zu warmen Farben zu wechseln. Und vielleicht ist das sogar dann eine Möglichkeit, dass wir auch unsere Raumschiffe entsprechend dann gestalten können. Dass wir sagen, so die Farbwerte in diesem Schiff hätte ich gerne etwas wärmer anstatt kalt oder eben umgekehrt. Das ist mein Verständnis, was ich mir so erlesen habe für die Lookup-Texturen. Ja und die Vorteile dieser, also beider Methoden ist natürlich, dass man ganz, ganz schnell diese Farbumwandlungen durchführen kann, mit vergleichsweise wenig Aufwand und man ein präzises Ergebnis erzielen kann zwischen den Ist-Werten und den Ziel-Farb-Werten. Soviel dazu. Und zuletzt hat das Engineering-Team auch beim Rendern unterstützt, indem sie die Qualität des Screen Space Directional Occlusion Shadowing verbesserten und Temporal Dithering zum Auflösen von Objekten und Terrain-Blending ermöglichten und das temporale Dithermuster für weniger Rauschen auf Haarkanten verbesserten. Also die haben sich überall damit beschäftigt, dass die Grafikqualität verbessert wird. Sei es jetzt im Hinblick auf Beleuchtung, Schattenwurf, Kantenflimmern und das Überblenden, das Miteinander-Vermischen von Texturen und Farben. Und ja, hier wird zum einen natürlich das Thema des Terrainers, also der Mond- und Planetenoberflächen erwähnt und die Haare ist ja auch so ein Thema, das sehr zentral gerade ist im Zusammenhang mit dem Face Customizer. Dem Chris Roberts gefielen ja die Haare jetzt der aktuellen Version überhaupt nicht. Da wird gerade an einer neuen Hair-Tech, an einer neuen Haartechnologie gearbeitet. Damit das ja hübscher aussieht, wir mehr Flexibilität haben bei den Haaren und das trotz allem natürlicher dann wirkt, ohne zu viel Ressourcen zu fressen. Wir kennen das ja von CRG, die sind immer sehr darauf bedacht, eine tolle Qualität zu liefern, aber bei möglichst geringer Ressourcen-Ausnutzung. Und das wird eben alles entsprechend bearbeitet und erarbeitet. Weiter geht's zur Gameplay-Story. Das Gameplay-Story-Team blieb in seinem bestehenden Arbeitsfluss und realisierte 18 Spielszenen auf hohem Niveau, steht hier. Darunter eine Szene auf der Brücke der Idris. Sie sind auch gespannt, endlich die Tag des Cinematic-Teams in die Finger zu bekommen, um Sequenzen ein- und auszublenden und zu testen. Graphics. Das Grafik-Team hat die Arbeiten am zuvor erwähnten organischen Shader fortgesetzt. Damit können nun Objekte dank einer besseren Kontrolle der Texturkachelung für unterschiedlich skalierte Instanzen eines Meshs wiederverwendet werden. Das heißt also, solche Meshs sind ja die Polygonnetze, die über ein Modell gelegt werden und die damit Texturen versehen werden. Und da gibt es wohl offensichtlich verschieden große von. Und dank einer besseren Kontrolle der Texturkachelung können nun Objekte auf diesen Meshs entsprechend wiederverwendet werden. Und alles, was wiederverwendet werden kann, ist gut. Ich erinnere da zum Beispiel mal an diese Speed-Tree-Technologie, mit der man also ganz viele große, schnelle Flächen schnell mit Bäumen versehen kann, die repliziert werden nach einem zufallsbasierten Muster, dass der Computer nicht viel berechnen muss, weil er eben nur, ich sag mal, fünfmal denselben Baum berechnen muss. Und der repliziert den dann einfach nur 5000 Mal und dann hat man einen entsprechenden Wald. Und hier ist das dasselbe. Sie replizieren Objekte und verteilen die auf diese Meshes, die unterschiedlich skaliert werden können. Und das ermöglicht auch eine präzise Kontrolle über höhenbasierte Mischung der verschiedenen Detail-Texturschichten. Klar, die verschiedenen Texturschichten müssen ja auch gemischt werden können. Diese Funktionen werden in der Asteroiden-Feld-Asset-Bibliothek des Art-Teams eingesetzt. Und jetzt brauchen wir nur eins und eins zusammenzählen. Also es geht wohl offensichtlich um Meshes für Asteroiden, die eben ganz viele verschiedene Größen und auch Formen haben. Und da ist es natürlich wichtig. Wir erinnern uns an die zuvor eingeblendete Szene, die uns CRG zur Verfügung gestellt hat. Das sind ja sehr, sehr, sehr viele Gesteinsbrocken, die hier eingebildet werden. Und die dürfen unseren Rechner nicht in die Knie zwingen. Und deswegen wird hier so viel wiederholt und verdeckt wie möglich. Das Grafikteam legte weiterhin letzte Hand an den Gaswolken an, nahm verschiedene Optimierungen vor und integrierten die volumetrischen Schatten in das Nebelsystem, um eine Handvoll Fehler zu beheben. Weiter geht's zum Level-Design. Das Squadron 42 Design-Team hat sich mit den Verhaltensabläufen der Brückenbesatzung beschäftigt. Und jetzt, wo die Pipeline der Usables mit voller Kapazität läuft, wie zuvor beschrieben. Diese Arbeit der Level-Designer an den Verhaltensabläufen der Brückenbesatzung ermöglicht es der NPC-Brückenbesatzungscrew, realistisch mit verschiedenen Einrichtungsgegenständen und Usables, sowie auch anderen NPCs vollständig automatisiert zu interagieren. Das für viele der Kapitel in Squadron 42 benötigte Lande- und Startmodul ist nun in den Fokus der Arbeiten gerückt, wobei die Teams für Benutzeroberfläche, Animation und Technik an der Entwicklung dieses Lande- und Startmoduls beteiligt sind. Ich denke mal, das wird das Modul sein, was dann irgendwie in der Idris oder auch Javelin, wo auch immer, ja vermutlich eher die Idris dann platziert wird. Und ja, dort werden dann entsprechend Raumschiffe starten und landen. Und schließlich wurden die Outer-Odin-Level in die richtigen Object-Container gelegt und können nun ins Spiel gebracht werden. Ein Object-Container, ein Objekt-Container ist letztens auch gefragt worden. Es gibt ja immer wieder neue Spieler, die zu uns dazustoßen. Unser Stanton-Sonnensystem ist ein Objekt-Container und darin gibt es zum Beispiel einen Objekt-Container mit Namen Jela. Und um den Mond Jela schwebt eine Raumstation, Grimhex. Die ist ebenfalls ein eigener Objekt-Container. Und in diesem Objekt-Container Grimhex gibt es wieder andere Objekt-Container. Und je nachdem, welchen Objekt-Container wir als Spieler sehen, wird dieser Objekt-Container gespawnt. Das ist noch ein bisschen komplexer. Da gibt es noch eine Thematik mit dem Bind-Culling, aber da möchte ich jetzt nicht zu tief reinsteigen. Wer das sehen möchte und sich dafür interessiert, der kann in die Verse Night schauen, die wir Mitch, Mitch van Heiden und ich gestreamt haben, am 11. Juni zu sehen auf meinem Streaming-Kanal. Narrative, das Team, was sich für die Geschichtsschreibung und Erzählung auszeichnet. Ja, die sich darum kümmern. Das Narrative-Team durchlief eine Reihe von redaktionellen Auswahlverfahren für die wichtigsten Squadron 42-Charaktere. Sie schrieben auch mehrere Set-Dressing-Dokumente, um die Teams von Environment, Art und Props bei den Entwerfen und Designen der Spielumgebungen zu unterstützen. Also so ein Set-Dressing-Dokument definiert einfach, wie eine Spielumgebung auszusehen hat, welche Farben, welche Klänge, welche Objekte, welche Stilkataloge und was da alles verwendet werden darf. Und mit diesem Handbuch gehen dann die Grafiker los und entwerfen dann ihre Grafiken auf Basis der Definition des Narrative-Teams. Außerdem hatte das Narrative-Team mehrere Reviews mit Design zu den Erzählmomenten mehrerer Kapitel und machten weitere Fortschritte bei ihren laufenden Aufgaben, und zwar den gesamten Text im Spiel zu vervollständigen. QA, die Qualitätssicherung, leistete weiterhin direkte Unterstützung für das Cinematics-Team, wenn Probleme mit dem Arbeitsablauf der Zwischensequenzen auftraten. Die im letzten Monat erwähnte Cinematics Zoo-Map wurde um weitere Ergänzungen vervollständigt und jetzt sind alle übrigen kleinen Schiffe hinzugefügt worden. Dieses Cinematics Zoo-Map, das ist einfach ein Zoo, eine begrenzte Karte, die man also rauslöst, damit man nicht in dem Spielbild, in der Game Engine selber, die Filmsequenzen, die Cinematics entwerfen muss. Das ist nämlich beliebig komplex aufgrund der Größe und der ganzen Umgebungsbedingungen, sondern man hat so eine ganz kleine abgegrenzte Zoo-Karte, Zoo-Map, wo man dann eben herumspielen kann, um zu gucken, wie sind die Einstellungen, wo ist Nebel, wo ist ein Stein, wo können wir welche Schiffe hinsetzen und wie wirkt das alles. Genau, damit man viel ausprobieren kann und schnell zu einem visuellen Eindruck kommt, wie man am besten das dann in dem großen Level gestalten könnte, damit alles hübsch aussieht. Ja, und Qualitätssicherung arbeitet auch daran, zuverlässige Testebenen mit spezifischen TrackView-Funktionen zu erstellen. Schließlich werden diese Ebenen in die Testrunner-Funktionstests implementiert, die speziell für TrackView-Filmsequenzen entwickelt wurden. Änderungen, die innerhalb des Feature-Streams für die Kampf-KI vorgenommen wurden, wurden ebenfalls getestet, um sicherzustellen, dass bestehende Zwischensequenzen nicht beeinträchtigt werden, sobald sie in das Spiel übernommen, portiert werden. Es wurden auch einige Probleme getestet, die das TrackView-Tool selbst in seiner Funktionalität beeinträchtigt haben und es wurden Abstürze untersucht, die dann als Folge dieser Änderungen wieder auftraten. Und das Thema hatten wir auch schon im Vormonat. Es scheint also wirklich ein hartnäckigerer Bug, ein hartnäckiger Fehler zu sein. TechArt, die technische Grafik. Das TechArt-Team hat die zweite Version des internen Face Customizers, also des Gesichtsanpassungstools, implementiert. Die zugrunde liegende Facial Rig Blending Technologie wurde verbessert. Facial, Gesicht, Rig, Skelett, Blending, Blenden. Also eine Gesichtsskelettsüberblendungstechnologie. Und dieses Blending, das kennen wir alle, nämlich der Character Customizer. Da haben wir ja auch drei Köpfe und die können wir ineinander vermischen. Und diese drei Köpfe, dieses Vermischen, das nennt man dann Blending. Die werden also, entweder werden gewisse Dinge übereinander gelegt oder es werden eben Daten übereinander gelegt und dann miteinander vermischt, geblendet. Blending. Das gute alte Denglisch. Und das hat das globale, das übergreifende Blending zwischen den vier verschiedenen Quellköpfen ermöglicht und auch eine unterschiedliche Auswahl von vier Köpfen für jeden der zwölf Blendbereiche. Also die Entwickler, die haben nicht nur drei Köpfe zum Überblenden, sondern die haben vier in ihrem Tool, was auch wesentlich komplexer ist als das, was wir Benutzer, Endverbraucher eben auf unserer Benutzeroberfläche haben. Während das neue Werkzeug, das neue Programm und seine Benutzeroberfläche all diese zusätzlichen Funktionen den Grafikern zur Verfügung gestellt werden muss, müssen, ist es auch wichtig, dass die User nicht von der Komplexität und der Vielzahl der verwendeten Parameter überfordert werden. Daher wurden eine Reihe von Komfortfunktionen hinzugefügt, die eine schnelle, zufallsbasierte Durchmischung der Head-IDs und der entsprechenden prozentualen Gewichtungen entweder pro Kopfregion oder eben übergreifend ermöglichen. Head-ID, unser Customization-System für unsere Charaktere, basiert ja auf einem DNA-ähnlichen System. Das heißt, es werden ganz viele Zahlen erzeugt, aufsetzend auf diesem Seed-Gedanken. Und diese Zahlen repräsentieren dann das, was unser Kopf ist. Und diese Zahlen können ganz einfach hin und her transportiert, gesendet, gestreamt werden, verbrauchen nicht viel Speicherplatz, verbrauchen quasi keine Bandbreite und bringen eben als Ergebnis unsere individuell designten Köpfe zum Vorschein. Das ist eine richtig tolle, schlaue Technologie mit Vorteilen, wie genannt, aber auch Nachteilen, weil Sie ja auch schon erzählt haben, dass Sie bei allen vielen positiven Effekten nicht die Möglichkeit haben, im Moment das Ganze noch mit Narben, also mit Tiefen- und Höheninformationen zu versehen, weil das das ID-System nicht hergibt, dieses DNA-System. Aber andere Baustelle. In jeder Phase der Gesichtsanpassung können die Symmetriebeschränkungen deaktiviert werden, um eine leichte Asymmetrie in verschiedenen Regionen des Gesichtes zu erzeugen, was dazu beiträgt, dass ein Gesicht natürlicher und realistischer wirkt. Denn es gibt keine, oder ich wüsste es jetzt nicht, aber ich glaube, jedes Gesicht hat immer irgendwo leichte Asymmetrien. Es gibt kein vollständig symmetrisches Gesicht. Dieses Werkzeug, dieses Programm, macht es dem Team nun viel einfacher, einzigartig aussehende NPCs zu erstellen und ist dabei effizienter als je zuvor. Tech Animation, technische Animation, setzte seine Arbeit an der Animationspipeline fort, um eine umfassende Überarbeitung des zentralen Referenzsystems von Maya zu ermöglichen. Maya ist nicht die Biene Maya, sondern das 3D-Modellierungswerkzeug, sehr mächtig, sehr bekannt mit dem CRG, seine Modelle erzeugt. Dies wird letztlich eine Pipeline liefern, die nicht auf harte Pfadreferenzen angewiesen ist und somit auf unendliche Arbeitsbereiche und Streams über die gesamte Animationspipeline hinweg zugreifen kann. Also hier geht es um die Dateireferenzierung, so verstehe ich das, dass man also nicht unendlich lange, tiefe Dateipfade hat, sondern in irgendeiner Art und Weise ein dynamisch gestaltetes System und damit, wie Sie hier schreiben, unendliche Arbeitsbereiche nutzen kann. Das Team ist weiterhin dabei, die Code-Basis und die Plugins der Animationspipeline zu aktualisieren, um Maya im Jahr 2019, also in diesem laufenden Jahr, für ein mögliches zukünftiges Upgrade vorzubereiten. Tech Animation arbeitet eng mit Tech Art zusammen, um eine neue Gesichtsanimations- und Rigging-Pipeline zu entwickeln, die ein neues Maß an Flexibilität und Treue zu einer bereits hochmodernen Lösung bietet. Steht hier, wirklich. Darüber hinaus waren die Animators, die Animationskolleginnen und Kollegen über viele Teams verteilt, um bei der Entwicklung von Kampf-, Waffen-, Gebrauchsgegenständen und Filmsequenzen zu unterstützen. Und weiter geht es zum Team für UI, für die Benutzeroberfläche, beziehungsweise über die, ja, für die Oberflächengestaltung, sagen wir es mal so. Im vergangenen Monat konzentrierte sich das Squadron 42 UI-Team auf Archen. Logos und Schilder wurden entworfen, um die Ebene wie eine Industrieanlage erscheinen zu lassen und auch Hintergrundbilder für Maschinen und den Brückenbereich wurden händisch erstellt. Squadron 42 wird auch von den laufenden Entwicklungen zum zentralen Flug HUD, Head-Up-Display, profitieren. Dazu gehören Indikatoren für Geschwindigkeit, Gehkraft, Nachbrenner, ESP und einige neue Mechaniken wie der Schubkraftbegrenzer und der Radarhöhenmesser. Einen ersten Eindruck von dem Ergebnis dieser Arbeiten können sich die Spieler ab Alpha 3.6 des Star Citizen Persistent Universe holen, da das HUD ab diesem Patch zum ersten Mal, in der Aegis Gladius getestet wird. Und zuletzt das VFX, das Team für die visuellen Effekte. Im vergangenen Monat hat sich das Team mit der Untersuchung neuer Shader beschäftigt bzw. hat die Arbeiten daran fortgesetzt. Darunter Tests auf Wasser- und Regentropfen, die sich auf Schiffsüberdachungen ansammeln. Und sie haben sich auch den Partikel-Imposter-Shader vorgenommen und den verbessert, der einfache, aber effektive UV-Scroll-, Kachel- und Verzerrungsoptionen bietet und einem Mesh als Ersatz für ein Partikelsystem zugewiesen werden kann. Über das Thema UVs haben wir schon einige Male gesprochen. Das ist wie die XY-Koordinate, nur das X, U ist und Y, V. Und das ist die Referenz, um Polygon-Netze basierend auf einem 3D-Modell so hinzuzupfen, dass alles vernünftig wirkt und eben nicht krude ist. Diese UV-Arbeit, das wirklich exakte Ausrichten eines Meshs, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Eine der wichtigsten Arbeiten und unglaublich langweilig, habe ich mir erlesen. Wird nicht gerne gemacht, aber muss eben gemacht werden. Und dafür hat man eben diesen Partikel-Imposter-Shader verbessert, was auch immer das ist. Eben ein weiterer Shader, der eben verschiedene UV-Verzerrungsoptionen bietet und anstatt des ressourcenfressenden Partikelsystems verwendet werden kann, um eben diese Regentropfen auf Schiffsüberdachungen zu simulieren. Das sind dann also keine einzelnen Partikel, sondern eben solche Shader, die da aufgesetzt werden. Ja, und dieser Shader, dieser Partikel-Imposter-Shader, der kann auch verwendet werden, zum Beispiel als aufsteigender Rauch oder Staub in der Ferne. Da muss ich spontan an den Sandsturm denken. Der, was war das, CitizenCon-Demo vor zwei Jahren? Ich weiß es nicht mehr. Ich blende es hier nochmal kurz ein. Sie setzten die Arbeit auch an der neuen Gaswolkentechnologie vor. Der Gas-Cloud-Tech, die letzten Monat erwähnt wurde. Diesmal unter dem Gesichtspunkt, wie das Toolset an Nicht-Gaswolken-Lokationen eingesetzt werden kann. Zum Beispiel in Asteroidenfeldern. Und zur Zeit beheben sie ein Problem mit der aktuellen Version des Tools, das dazu führte, dass Bounding-Boxen falsch exportiert wurden. Bounding-Boxen übersetzt Begrenzungskästen. Das sind imaginäre Kästen, die sich um Objekte herum befinden und für Kollisionsabfragen zum Beispiel verwendet werden. Und Kollisionsabfragen sind natürlich für Asteroidenfelder extrem wichtig und wahrscheinlich, vermutlich extrem ärgerlich für den ein und anderen Piloten. So, und dieser Fehler beim Bounding-Box-Export, das wurde korrigiert, indem die Bounding-Boxen, die Begrenzungsrahmen und die Voxel, volumetrische Pixel, manuell auf eine bestimmte Größe gezwungen wurden, sodass alles über die verschiedenen Assets hinweg übereinstimmte. Ja, und wer sich nochmal angucken möchte, wie aufwendig das ist, den Weltraum zu erstellen, dazu hatte ich ein CitizenCon-Panel des letzten Jahres übersetzt und vor ungefähr drei Monaten veröffentlicht. Den Link dazu hier rechts oben. Und das war's mit dem Squadron 42 Newsletter. Und dann wünsche ich euch auf diesem Wege weiterhin ein wunderschönes Wochenende. Bis dann. Cheers. Ciao. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018